Jo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Infiltrator und da ich ja in letzter Zeit immer nicht so aktuell war was die Story angeht habe ich nur mal im Internet unter gamestar.de nachgeschaut wie es genau ablief oder was genau der Fall ist Link dazu steht hier in der Videobeschreibung und ja jetzt zeige ich euch mal was ich mal ein bisschen aufgeschrieben habe als wir sind Cerberus ein Agent und nach wir sind ein Cerberus Agent und heißen Randall Adzno und wir haben früher Aliens gekidnappt die für schreckliche Experimente benutzt wurden aber als dann unsere Freundin Inali auch als Testobjekt herhalten sollte haben wir rebelliert und kämpfen uns nun durch die Forschungsbasis unseres Arbeitgebers durch so weit so gut und nun kommen wir eben zum praktischen Teil ha 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 ja also hier wieder schön auf oder wie sieht es nicht gelbmäßig aus Biotik machen wir mal hier was der Probiotic levitates Enemies rendering them helpless while they drift towards you useful for getting enemies out of cover das wissen wir ja schon ich glaube da kann man ja auch was machen dass man mehr auf einmal benutzen kann rendering themen ja jetzt steht ja immer das gleiche wir sehen ob das jetzt auch was geändert hat ja blöd wie nicht wir sind wieder hier mit unserem lieben Sniper Schützen also das ist jetzt richtig geil wenn das so wenn das so geht ha 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 die Bitch slappt mir gefällt mir gefällt die Biotik einfach richtig gut mit dem Sniper Gewehr hier drauf heizen schlechter Haufen einer noch hä hui fuck 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 mal kurz warten kurz Terabit batz batz und den geiles Teil also da hat sich das Update gelohnt also jetzt kommen die da versuchen jetzt nochmal mit den Schnipser bei denen bringt das sichtlich wenig bei denen bringt das sichtlich wenig ach raus machen oh fuck mach hin und dann gehen gehen er hält heißt das geil Hat er gerade geknullt. Gehen wir jetzt dick, Junge? Tja. War wohl nichts. Jetzt haben wir den Scharfschützen. Oh, da ist das. Was hier? Kein Geld. Wollt ihr eigentlich sterben? Ja, genial. Camp to Daddy, bitch. Hahaha, gotcha. So sieht's aus. Schön, und das ohne abzuschmieren. Hm, ich sag mal besser nichts. Und sogar noch überall drei Sterne. Was ist da los? Nicht gedacht, weil wir echt... Oh, da haben wir gut eingesteckt. Schon ein bisschen. Die eine Stelle da. Ja, dann denke ich mal, Biotik. Leine Upgrade. Und dann haben wir hier noch Informationen. Tauschen wir mal ein. Ja. Können wir gleich noch ein Upgrade draufhauen. Kaufen. Schönes Ding. Also. Sind wir jetzt noch top ausgerüstet? Hier gemächlich ein bisschen rumlaufen. Wir müssen wieder nach da drüben. Jetzt müssen wir wieder nach da drüben. Komisches Teil. Wir müssen hier hin. Willst du nicht verarschen? Jung, jung. Wir fahren jetzt mit dem Aufzug nach oben. Glaube ich. Doch nicht. Hm. Dachte. Das geht gleich weiter. Doch, wir müssen mit dem Aufzug nach unten gefahren. So. Die kämpfen schon richtig gegeneinander. Oder die kämpfen beide alle gegen mich. Was natürlich nicht so optimal wäre. Ja, genial. Komm her. Tja. Oh fuck. Lass mich in Ruhe, bitch. Bitch, please. Das ist gerade auch wirklich scheiße. Wir können uns nicht verstecken. Scheiße. Fuck ey. Fuck, 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 fuck. Nicht gut. Welche Unlaut drauf da hat. Nein, kann man da. Ich kann ziehen alles raus, was er hat. Fuck. Kann ich ihn jetzt auf den herzen? Ja, wir haben ja auch auf den herzen. Und auf damit. Aber ich habe ihn doch gerade genau gehört. Hier war ein Bereitschaftsschütze. Oder hier ist ein Bereitschaftsschütz. Oh, die kämpfen gegeneinander. Geiles Teil. Ich kann es immer ruhig gegeneinander. Damit habe ich kein Problem. Voll auf und drauf, sag ich dann. Was ist drauf, was wir haben? Oh, hier wollte ich doch eigentlich. Das ist nicht mehr für Karten. Das war ziemlich scheiße. Vazion, hier weg bist du. So, wen zeigst du mir hier noch an? Wer will noch sterben? Scheiße. Fuck ey. Schöneres Ding. Lohnt sich noch nicht so ganz. Haha. Sie müssen schlauer werden. Genau gleich. So. Oh fuck. Gäfte tun. Die sind auch nicht gerade zimperlich. Treffe ich ihn nicht? Gehe ich. Ja, geht auch nicht. Fuck. Und mal wieder abgeschmiert. Naja, bis in-game wieder. Jo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Infiltrator. Wir sind jetzt hier an dieser Stelle, wo es letztes Mal kurz später abgeschmiert ist. Aber jetzt muss ich mich erst mal ein bisschen entschuldigen, weil eigentlich hatte ich das hier schon mal alles gespielt und zwar aber mit dem anderen Aufnahmegerät, also über meinen Computer. Und da ist mir leider erst nach aufgefallen, dass das ziemlich beschissen aussieht oder von der Qualität eben ziemlich beschissen ist. Und deswegen werde ich es nun einfach noch einmal spielen. Weil so eine Qualität wie das war, das möchte ich einfach nicht mehr bringen. Und jetzt kannst du bitte hier weggehen. Ich muss den... Ah, der kriegt ziemlich dick Schaden von dem Teufel. Ich muss den... Ich muss den... Ich muss den... Schieben jetzt da vorne ein bisschen. Ja, ein paar Sachen habe ich auch gekauft, aber nichts wirklich weltbewegendes. Ich muss den... Struktfinder ein bisschen drauf. Jetzt nochmal mit dem Strahlenschirm. Kommt alles drauf, was wir haben. Komme mir... Fuck. Ein bisschen. Schenken mir das so dick an. Nein. Falsch. Ey, ich hab gesagt, die... Come to daddy. Sieht's aus, Leute. Da können wir jetzt ein bisschen einschneiden. Hä? Der war doch anders schön drauf, ey. Und die geben wir dem eben so eine mit. So hoch. Äh, mein, nee. Der ist so kacke bei dem Teil. Kommt der? Oh, die soll ja ganz schimpft. Look online. So nur noch. Hm, nochmal Uno. Sehr schönes Ding. Jetzt warte ich hin mit der Schrotflinde, bis der nervt. Oh, der kommt gar nicht näher. Oh, hier bin ich unsichtbar. Kann ich bitte unsichtbar machen? Bam und... Quats. Ich bitte durchgehen. Sehr schönes Ding. Gut, und der kommt auch noch hin. Und dem geben wir hier mit einem mit. Sehr schönes Teil. Wunderbar. So muss das laufen. Und sehen, ob ich jetzt auch den Witterrand schaffe. Das wird ziemlich aussehen. Und... Darf ich nur nicht zu viel Scham einstellen. Okay, wir haben Glück online. Das heißt... Ich nehme jetzt mal das Maschinengewehr, renne hier hin. Und schenke ihn damit. Dann nehme ich das hier und werfe es auf. Jetzt höre ich das jetzt mal rein. Nein, nein, nein. Fuck. Das durfte jetzt nicht passieren. Das war jetzt richtig schäbig. Warte noch drauf, dass Glück online kommt. Okay, das wird wahrscheinlich einfach zu viel Scham einstellen. Okay, Glück online. Das heißt, ich bin ganz rum. Und die Schrotflinde. Bam und... Bam. Die Skarpons werden schon voll sein. Dann, wie sieht es aus? Wie geht es weiter? Okay. Ganz schlechtes Ding. Hm, da kann ich gerade nicht so viel ausrichten. Deswegen einfach mal so ein Teil darüber, weil die gerade alle auf einem Punkt sitzen. Man bewegt sich doch nicht immer. Schönes Teil. Und wo war der, der mich gerade ein bisschen gematched hat? Du willst wo einen da drauf bekommen? Okay, wo ist der letzte? Da ist noch einer. So, geben wir noch so eine mit. Okay, und das war es jetzt erst mal. Ja, Soldat war klar. Haha.